Neu bei Malibu ist die patentierte Pedelec Garage. Hier wäre es normalerweise jetzt nicht möglich ein Pedelec einzuladen. Dank der neuen Konstruktion kann jetzt das Queens Bett weggeklappt werden und das Pedelec schnell und einfach in den dafür vorgesehenen Halter eingeschoben werden. Jetzt braucht lediglich nur noch das Queens Bett wieder heruntergezogen werden. Das Pedelec wird gesichert, die Einfahrtschiene wird in die Garage hineingelegt und schon kann die Reise losgehen. Untertitelung des ZDF für funk, 2017